Moin, ich bin Level 1, mal wieder. Dieses Mal versuche ich, ja, ich versuche, die ganzen Easter Eggs auf der neuen Karte zu machen. Und dafür werde ich jetzt erstmal die Waffe wechseln. So, erstes Easter Egg, dafür muss ich direkt in, ähm, ja, hier. Das heißt wirklich Keep. Ich hoffe mal, dass da nicht so viele hingehen, weil das ist, ähm, ein Easter Egg, was etwas länger dauert. Ja, das Beschissenste mit dem Leuchtturm muss ich auch noch zeigen. Also, ganz zum Schluss. Mann, verpiss dich. Du brennst. Beidezug. Ja, auf jeden Fall muss man dazu drohen. Und ich denke mal, das wird jetzt jemand anders schon machen. Da ist gerade ein anderer schon dran. Auf jeden Fall macht man die zwei an. Fuck, hier sind viele. Gut, ähm, jetzt brauche ich was zum Anmachen. Ah, halt doch die Fresse. Musik. Es ist nur noch dieses Hindernis hier. Ah, da liegt er doch. Nee, ne, ne, wird mir jetzt schon die ganze Zeit angezeigt. Also die zwei, die muss aus. Und die muss aus. Zwei an, zwei aus. Eins, zwei. Eins, zwei. Ich glaube, das wurde mir schon die ganze Zeit angezeigt. Hallo. So, jetzt gibt's. Ja, das sehen außerdem alle. Das ist natürlich nicht gut. Hier ist der Ausgang. So, ich muss hier weg. Sonst bin ich stört. Gut, ich hab das erste Easter Egg geschafft. Und nicht mal eine Auszeichnung dafür bekommen. Hm. Naja. Scheiße. Hat der das geschnallt? Hat er nicht. Alter, die Striker 9 ist geil. Okay, hätte ich nicht nehmen brauchen. Ist egal. Alter. Dieses Ding geht richtig ab. Die Waffe braucht zwar ein Sekündchen, um anzufangen. Aber wenn's dann losgeht. Okay, ich hab erst überlegt, ob ich jetzt das andere Easter Egg mache. Aber das ist jetzt zu weit weg. Hier muss man jetzt erst mal den Sieg holen. Hier muss man... Also die Waffe ist extrem auf Rückstoß gelevelt. Ähm. Das muss man auch machen. Weil der Rückstoß wird echt doll zum Schluss. Aber so wie sie jetzt ist, gefällt die mir total gut. Ja, genau deswegen. Es ist einfach geil. Was? 451? Gibt's schon wieder ein neues Level? Ist nicht schlimm. Ich will ja sowieso nur die Easter Eggs zeigen. Gut. Für das nächste... Muss ich hier hin. Den Leuchtturm... Ja, das ist... Das ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Vor allem mit dieser Zone. Die müsste eher hier so sein. Weil dafür brauch ich bestimmt eine Weile. Wenn ich das überhaupt schaffe. Aber das mit dem Leuchtturm... Na ja, man kriegt eigentlich am wenigsten. Und man kriegt einfach nur ein Abzeichen und eine Tarnung. Na ja. Dann werde ich jetzt erstmal da hin. Ich brauche irgendein... Irgendein Explosive. Am besten wäre eine Vorstoßzone. Nimm mal die rote Kiste hier mit. Oh, sehr gefährlich. Immer noch nix. Mann. Samtext oder irgendwas anderes. Bitte. Junge. Was ist denn hier los? Da muss ich hin. Das muss kaputt. Genau. Jetzt werde ich teleportiert. Und kann keinen Fallschirm aufmachen. Aber das ist nicht schlimm. So, jetzt muss ich fünf Abschüsse machen. Drei noch. Ich glaube, beim letzten werde ich auch nochmal teleportiert. Hier wäre auch das nächste Easter Egg. Da muss ich den Generator anschmeißen. Da ist einer auf dem Schiff. Ja, da ist noch zwei Kills. Hören wir mal schnell meine Ausrüstung. Ja, ich kann nebenbei auch noch das andere machen. Aber ich sehe gerade, hier ist der Kalister. Der spawnt hier immer in der Nähe. hier kann. Hier ist auch der einzige hier in der Nähe. Gut, dann gehe ich jetzt mal schnell hoch. Vielleicht schaffe ich das sogar. Dann muss ich den Leuchtturm anmachen. Du bist aber ein geiler Leuchtturm. Also, ich muss hier hin. Oh, fuck. Das ist wieder geil. Okay, ist korrekt. Gut, jetzt geht dieser Strahl. Ja, ist richtig. Hier ist irgendwo ein Nest, aber ich finde das jetzt nicht. Ich brauche diesen Aussichtspunkt. Wo ist das denn? Ich glaube, das ist da ganz hinten. Ein Abschluss noch. Geschafft. So. Das ist alles. Ach so. Ja, stimmt ja. Das ist nicht alles. Ich kriege natürlich die Wunderwaffe. Was ganz Feines. Muss ich halt nur noch irgendwie das mit dem Leuchtturm hinkriegen. Ich werde halt hier angeleuchtet, aber das ist doch irgendwie falsch. Ich muss irgendwo hin. Hey. Aufhören. Hey, Junge. Das ist ein geiles Teil. Hat aber auch wenig Schuss. Ach, hier ist es ja. Geheimnisvolles Objekt. Kann das Ding so weit schießen? Ja, hierfür muss ich mir wahrscheinlich nochmal ein Tutorial angucken. Ich finde dieses komische Nest nicht zum... Was ist das da hinten? Ist das eine Statue? Ah, ich glaube der Leuchtturm ist jetzt eh deaktiviert. Egal. Eine Sache habe ich ja geschafft. Ist doch geil. Was? Alter, f*** ich. Ja, lauf weg. Du weißt gar nicht, was du da liegen lässt. Ist egal. Ich habe einen Kill damit gemacht. Das reicht mir. Ja, war klar. Also, wenn man denn beim Leuchtturm ist, gibt es verschiedenste Positionen. Einmal kann hier unten das Benzin spawnen. Hier, hier oder hier oben oder auch in diesem Gebäude. Das heißt, ich werde in diesem Gebäude hier anfangen und dann alles ablaufen. Aber ich hoffe mal, dass ich es schnell finde. Geht es ganz gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020